Also, wir haben am Anfang schon besprochen, verlässt uns ein großer Teil der letzten Saison. Verlässt uns in Richtung Köln, wo auch immer hin. Soll ich mich merken? Nein. Ich glaube, ich rede hier für jeden, dass wir einen guten spielerischen Kollegen verlieren, aber auch einen, mit dem man reden konnte, mit dem man alles machen konnte, der immer korrekt zu jedem war, der alles gegeben hat auf dem Feld und neben dem Feld. Und dafür haben wir uns eine Kleinigkeit überlegt als Verein, die ich dir jetzt überreichen möchte. Also, einmal haben wir so einen super Umschlag, den kannst du dann nachher öffnen. Und ein Andenken für die neue Wohnung. Ja, wir haben probiert, dass jeder unterschreibt und das ist das einzige Bild, wo die meisten mal drauf waren, wo du auch drauf bist. Deswegen danke, Manu. Vielen Dank. Ja, ich glaube, ich habe es schon letztes Training gesagt, aber generell nochmal vielen, vielen Dank für die ganze Saison. Also, es hat mir echt mega, mega viel Spaß gemacht, mich super aufgenommen und ja, war auch ein großer Teil, warum ich überhaupt in Kassel geblieben bin dann für mein Studium und das nicht irgendwie online durchgezogen habe. Also, ja, vielen, vielen Dank und es hat mir echt Spaß gemacht und ja, gehe jetzt auch irgendwie schweren Herzens dann doch weg, aber ja, so ist es halt. Also, danke. Applaus